Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich nur so einen kleinen, nennen wir es Infovlog für euch. Ja, dieses Video entsteht jetzt relativ spontan. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles so erzählt, wie ich es erzählen möchte. Ihr dürft natürlich, wenn dann irgendwelche Fragen auftauchen sollten, gerne in den Kommentaren ein paar Fragen äußern. Ich werde sie dann so gut es geht beantworten. Ich habe mir jetzt kürzlich einfach so ein paar Gedanken über diesen ganzen Kanal hier gemacht. Noch dazu hat sich eine kleine Sache ergeben, die ich hier ändern möchte. Und ich dachte, ich erzähle euch jetzt einfach mal davon. Womit fange ich an? Fangen wir mal mit der Sache an, von der ich glaube, dass viele von euch sich darüber freuen werden, auf die ich mich auch einfach mega freue, die richtig toll werden könnte. Und ich bin echt einfach nur heiß darauf, damit loszulegen. Und zwar ist jetzt der Gedanke oder die Planung, dass mein Bruder Ferris Fester Bestandteil dieses Kanals werden soll. Wir sind im Moment noch so ein bisschen am überlegen, wie wir das genau hinkriegen wollen, wie genau wir das machen wollen. Wir haben aber schon so ein paar Grundideen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe es in letzter Zeit öfter mal so ein bisschen auf Instagram gepostet. Mein Bruder hat jetzt doch sehr das Lesen für sich entdeckt. Er hat mich tatsächlich echt überholt im Prinzip. Er hat jetzt in anderthalb Wochen die ganze Lockwood und Koray gelesen. Und ich saß zu Hause und dachte mir so, joa, toll, hast du auch mal geschafft. Aber ja, momentan schaffe ich das leider nicht mehr, so viel zu lesen. Auf jeden Fall hat Ferris echt das Lesen jetzt so langsam richtig für sich entdeckt. Und ich denke mir so, yeah, ich habe es geschafft. Ich habe ihn beeinflusst. Und er wird jetzt ein Booknerd, genauso wie wir alle. Und ich finde das richtig cool, mit ihm jetzt über Bücher reden zu können. Und dass ich ihn da echt zugekriegt habe, weil ich wusste immer, diese Bücher könnten was für ihn sein. Und das hat mich immer so geärgert, dass er dem keine Chance gegeben hat. Und jetzt hat er das aber und ist mittlerweile so richtig im Lesen drin. Hat dafür übrigens auch einen extra Instagram-Account. Beziehungsweise ist nicht nur extra für die Bücher. Er hat da noch ein anderes Thema. Lasst euch nicht von dem Namen irritieren. Sein Instagram-Account heißt Architischler. Das Ganze ist ein kleiner Insider. Er hat ja Tischler gelernt als Beruf und studiert jetzt Architektur. Und daraus wurde dann in einem lustigen Gruppenchat irgendwann Architischler. Und das hat er einfach übernommen, weil er es so lustig fand. Und weil es nicht auf seinem Instagram-Account nicht nur Bücher gehen soll, die er liest, sondern eben auch um sein Architekturstudium. Er vereint das so in einem Account. Aber ja, falls ihr neugierig seid, wie sich das bei ihm mit dem Lesen so entwickelt, könnt ihr ihm ja folgen. Er würde sich sicher gerne freuen. Er ist noch dabei, sich da so reinzufuchsen mit Instagram, weil er hat das vorher nie wirklich genutzt. Ja, fängt aber eigentlich schon ganz gut an. Auf jeden Fall hatte ich dann die Idee, oder wir hatten die... Eigentlich hatten wir sie gemeinsam. Sie kamen uns so im Gespräch. Da er jetzt so viel liest, könnte er hier doch öff... Also dauerhaft so konstant mit einsteigen. Er war ja schon öfter mal in einem Video dabei. Hat mir entweder assistiert oder mit mir eine Challenge gemacht. Und es gab ja auch mal ein Subvoting für ihn. Da haben wir ja, glaube ich, dann Erebos gewählt. Genau, das hat er auch gelesen. Beide Bände hat er sogar zweimal gelesen. Also, oder war das Percy Jackson? Ich weiß gar nicht. Er liest Bücher tatsächlich zwei- und dreimal. Das ist echt krass geworden. Ähm, und ja, wir hatten damals schon drüber geredet. Mensch, wenn er mehr lesen würde, könnte er doch fester Bestandteil dieses Kanals werden. Aber es war dann ja immer noch nicht so. Und jetzt sind wir da wieder drauf gekommen. Und jetzt wollen wir das umsetzen. Und, ähm, ja, wir sind noch ein bisschen am Tüfteln. Wie? Weil wir müssen uns ja immer zum Videostrehen treffen. Und durch meine Arbeit klappt das dann halt auch nicht immer. Für ihn ist es am besten am Wochenende. Ich arbeite jedes zweite Wochenende. Und jetzt haben wir halt überlegt, dass wir es wahrscheinlich so machen werden, dass wir uns einmal im Monat zum Videostrehen treffen. Und dann drehen wir vier Videos zusammen. Und diese vier Videos kommen dann immer am Sonntag. Also, es soll jeden Sonntag zukünftig ein Video von uns beiden zusammen geben. Ähm, wir sind auch am Überlegen, was genau wir dann immer so drehen. Weil es müssen natürlich Videos sein, die man entweder, ja, an dem Tag aktuell drehen kann. Oder die man eben vordrehen kann. Also, ein Grundgedanke war zum Beispiel, dass wir uns immer am Monatsanfang treffen. Und dann, ähm, den Monatsrückblick von dem Monat davor drehen. Dann kann Ferris seine gelesenen Bücher zeigen und ich meine. Und, ähm, ja, davon abgesehen, müssen wir uns noch so ein bisschen überlegen, was wir jetzt genau machen wollen zusammen, was wir so vordrehen können. Challenges gehen immer, Tags gehen immer. Ähm, und ja, wir könnten uns auch gegenseitig Leselisten erstellen oder so. Da müssen wir mal gucken, wie es dann zeitlich passt. Was mich aber eigentlich auch zum nächsten Punkt schon bringt. Ja, das ist alles momentan noch in der Planung. Ich wollte es euch trotzdem schon mal erzählen, dass ihr dann nicht überrumpelt seid, sage ich mal. Wenn Ferris dann hier plötzlich regelmäßig mit auftaucht. Beziehungsweise, wenn ihr dann das Intro seht. Wir wollen uns nämlich auch ein Intro überlegen, wo er dann mit drin ist. Speziell für diese Videos. Dass er hier halt wirklich fest in diesen Kanal mit reinkommt. Und, äh, ja, ich freue mich darauf. Das macht richtig Spaß, immer mit ihm zu drehen. Und von daher wird das sicher richtig, richtig schön sein, wenn das dann was Regelmäßiges ist. Wir treffen uns nächste Woche am Wochenende. Also, ich weiß gar nicht, wann ihr diesen Vlog hier seht. Es ist der 20. oder 19. oder 20. müsste es sein, wo wir uns treffen. Da wollen wir zum einen ein Video zusammendrehen. Und zum anderen, ähm, wollen wir auch eben einfach austüfteln, wie wir das in Zukunft machen. Welche Videos da so kommen sollen. Und ja, dann geht's los. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Das wird sicher Spaß machen. Das ist so die eine Sache, die ich euch heute ankündigen wollte. Das zweite ist, ähm, ja, nicht direkt eine Ankündigung, sondern eher eine Überlegung von mir. Es soll sich auf meinem Kanal ein bisschen was ändern. Nicht direkt, was die Videos an sich angeht, sondern was, ähm, das Zeitliche angeht. Äh, es ist ja nun mal so, dass meine Videos so ein bisschen starren Linien folgen, sag ich mal. So wie bei vielen anderen Booktubern auch. Am Monatsanfang gibt's die Leseliste. In der Monatsmitte gibt's das Currently Reading. Und dann, wenn der Monat vorbei ist, kommt dann bald der Lesemonat und die Neuzugänge. Und, äh, zwischendurch kommen dann irgendwelche anderen Videos. Und ich habe vor kurzem für mich festgestellt, dass dieses, dieser Zeitplan für mich einfach nicht mehr so funktioniert. Das ging echt eine lange, lange Zeit richtig gut. Da hatte ich pünktlich am 15. oder notfalls auch mal am 16. mein Currently Reading fertig. Am 1. gab's die Leseliste. Und irgendwie eine Woche nach Monatsende gab's mal einen Monatsrückblick. Mittlerweile funktioniert das für mich einfach nicht mehr. Weil ich nicht mehr so oft zum Drehen komme. Und, ähm, manchmal ist es dann zum Beispiel so, wenn ich dann Zeit und Lust habe zu drehen. Und denke mir so, boah, ich hätte jetzt voll Bock eine Leseliste zu drehen. Wenn man bei Erst irgendwie den, keine Ahnung, den 20. oder so, 10 Tage vor Monatsende, bevor der neue Monat anfängt. Dann ist das wieder zu früh, weil in den 10 Tagen kann sich ja noch voll viel tun. Dann habe ich vielleicht auf ein anderes Buch Lust. Und ja, für ein Köln-Dreaning ist es jetzt zu spät. Und das sind so die Probleme, vor denen ich in letzter Zeit häufiger mal stand. Das halt zeitlich so hinzukriegen, dass ich in diesem Rahmen, den ich mir da irgendwann mal überlegt habe, bleibe. Und das dann auch so drehen zu können. Und dass es dann auch einfach aktuell ist, die Videos, weil ich die auch nicht so megamäßig vordrehen möchte. Und deswegen habe ich jetzt für mich entschieden, ich möchte das auf diesem Kanal ein bisschen auflösen. Möchte das Ganze mehr spontaner machen. Und so, wie es eben gerade passt. Der Gedanke kam mir unter anderem durch den Vlog. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich habe am letzten Sonntag, als es hier so doll geschneit hat, einen Spaziergang gemacht und habe da einen neuen Vlog gestartet. Einfach ganz spontan. Ich wusste nicht, wird es jetzt ein Weekly Vlog oder wird das nur für diesen einen Tag ein Vlog. Aber das hat mir richtig gut getan, eben weil ich nicht diese Vorgabe hatte. Oh Gott, ich drehe jetzt einen Weekly Vlog. Ich muss dann, dann und dann die Tage jetzt vloggen, damit da ein vernünftiger Vlog zustande kommt. Sondern ich habe einfach angefangen, wie ich Lust hatte. Und ja, am Ende war der Vlog nur für den Tag. Aber es hat gereicht und hat mir halt total Spaß gemacht. Und irgendwie habe ich dann überlegt, wie ich das in Zukunft vielleicht häufiger mal so spontan hinkriegen könnte. beziehungsweise wie ich das auf meinen Kanal generell übertragen könnte, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das für mich besser klappt momentan. Und dann habe ich halt überlegt, okay, ich werde einfach diese starren Linien auflösen. Genau. Heißt, die Videos, die ihr kennt, kommen trotzdem. Es wird trotzdem Köln-Tree-Dings geben und Leselisten und Neuzugange-Videos. Aber eben nicht mehr in diesen festen zeitlichen Abständen. Also ich habe zum Beispiel jetzt total Lust, eine Leseliste zusammenzustellen aus Büchern, die ich in nächster Zeit gerne lesen möchte. Aber eben nicht für den Februar oder für den März, sondern einfach so Bücher für die nächste Zeit, ohne genauen Zeitrahmen. Oder manchmal habe ich auch schon am 15. Lust, mein Neuzugange-Video zu drehen, weil sich hier schon 20 Bücher angestapelt haben. Das passiert mir tatsächlich öfter mal. Und dann denke ich immer so, nee, du musst ja noch warten, es könnte ja noch was kommen. Und das finde ich mittlerweile einfach doof, weshalb ich jetzt für mich gesagt habe, ich mache das jetzt nicht mehr so, ich drehe einfach diese Videos, wann ich Lust drauf habe. Sprich, es könnte auch mal in der Monatsmitte dann eine Leseliste kommen oder mein Current Reading kommt dann erst irgendwie sechs Wochen nach dem vorherigen. Oder was auch mal sein könnte, wenn ich viel lese und sich mein Current Reading-Stapel viel verändert, dass ich in einem Monat mal zwei Current Readings mache. Eins am Anfang des Monats und wenn ich dann zwei Wochen später komplett andere Bücher lese, gibt es dann halt noch mal eins, wenn ich darauf Lust habe. Also das ist so die Grundidee. Genauso wie ich vielleicht auch mehrere Lesemonate, das mache ich ja jetzt öfter mal zusammenfasse, oder vielleicht, wenn ich gerade Zeit habe, euch meinen Lesemonat schon am 25. zeige, auch wenn noch ein paar Tage über sind. Ich will es einfach für mich ein bisschen spontaner und ungezwungener gestalten. Und dafür löse ich jetzt einfach mal so diese Zeitvorgaben, in Anführungszeichen, an die wir uns so gewöhnt haben, auf und mache das einfach jetzt immer so, wie es gerade bei mir zeitlich passt und wie ich Lust habe. Und ich denke, das ist so okay, weil die Videos sind trotzdem aktuell. Es ist die gleiche Art von Video. Sie kommen halt nur zu einem anderen Zeitpunkt. So, ich denke, das funktioniert für mich halt gut und ihr habt trotzdem den gleichen Content. Vielleicht dadurch sogar mehr Content, weil ich dann, wenn ich Lust und Zeit habe, auch wirklich was drehe und mir nicht sage, oh nee, das kannst du jetzt noch nicht drehen. Und ja, zum Thema Vlogs, das ist eben das Nächste, das habe ich aber in diesem Vlog am Sonntag schon gesagt. Weekly Vlogs funktionieren bei mir gerade nicht so gut. Es kann sein, dass wenn ich jetzt Urlaub habe, ab Ende nächster Woche, dass ich in den zwei Wochen dann mal einen richtigen Weekly Vlog wieder hinkriege. Aber so in den normalen Arbeitswochen funktioniert das bei mir gerade nicht. Weshalb ich tatsächlich dazu tendiere, in Zukunft häufiger so spontane Vlogs zu machen, wie den Sonntag, wo ich dann einfach anfange und sage, hey, ich habe heute frei oder heute steht irgendwas Besonderes an. Ich vlogge mal ein bisschen und gucke einfach, ja, was daraus wird. Wird es ein Tag, wird es zwei Tage, wird es ein Wochenende, keine Ahnung. Also auch da will ich so ein bisschen den, ich sag mal, den Druck für mich rausnehmen und das Ganze ein bisschen spontaner und ungezwungener machen. Und von daher kann es sein, dass ihr in Zukunft statt diese Weekly Vlogs eben mehr von diesen kleinen, kurzen, kompakten Tages Vlogs bekommt. Das sind so die Sachen, über die ich mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht habe und die ich hier so ein bisschen umsetzen möchte. Ihr dürft mir gerne dazu Feedback geben. Ein weiteres Ding ist halt, dass ich eigentlich auch noch mehr Sachen hier auf meinem Kanal regelmäßig machen würde, wie zum Beispiel die Food Diaries. Es gab jetzt ein Food Diary von mir irgendwann letztes Jahr im Sommer. Also schon eine ganze Weile her. Auch da ist es so, dass ich dachte, okay, das kann ich nur machen, wenn ich frei habe und Zeit habe, vernünftig zu kochen und das alles nebenbei zu filmen. Und auch da dachte ich mir dann jetzt, ach Mensch, man könnte das ja auch mal spontan machen. Wenn ich irgendwie am Essen machen bin und denke, Mensch, heute koche ich was, das könnte andere auch interessieren oder da wurde ich schon öfter mal nach dem Rezept gefragt, dann halte ich das einfach mal ohne große Vorbereitungen vor die Kamera. Ne, der Satz war komisch. Dann halte ich das mal fest mit der Kamera, so wollte ich sagen, und mache daraus einfach so ein Mini-Food Diary für ein Gericht. So nach Motto, kocht mit mir, keine Ahnung. Statt mir da echt vorher Gedanken zu machen, für drei Tage mein Essen zu planen und das dann zu filmen, weil das ist halt auch etwas, was bei mir sehr schwer umsetzbar ist. Gleichzeitig ist es aber eben ein Format, was ich gerne regelmäßiger aufnehmen würde und ja, vielleicht funktioniert auch das eher mit Spontanität statt so mit starren Linien. Ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe ja eigentlich echt immer richtig viele Ideen für meinen Kanal, was ich gerne noch so machen würde und es wurmt mich immer, dass ich da einfach zeitlich nicht zu komme. Aber ich denke, das könnte jetzt so ein erster Schritt sein für mich, dass ich da wieder so, ja nicht mehr reinkomme, aber vielleicht anders reinkomme, einen anderen Rhythmus für mich finde. Und das macht, finde ich, auch kreativer, wenn man sich dann von diesen Gewohnheiten löst und sich dann spontan andere Videos mal überlegt oder sich spontan denkt, okay, das ist jetzt zwar, oder das dann zu einem anderen Zeitpunkt dreht und ja, dann ist man wieder freier und im Kopf freier und dementsprechend kreativer. Da ist der Druck raus und ja, das könnte was richtig Gutes geben. Schauen wir mal. Ich wollte diese Gedanken einfach mal mit euch teilen, damit ihr euch nicht wundert, wenn jetzt zum Beispiel zwei Current Readings in einem Monat kommen oder meine Leseliste erst am 12. kommt oder so, dann wisst ihr, was Sache ist. Wir versuchen hier einfach so ein bisschen mehr zur Spontanität und Ungezwungenheit zurückzukehren, damit das Ganze Spaß macht, damit es mir weiterhin Spaß macht und damit es für mich auch einfach machbarer ist, ohne Zeitdruck und ohne so ein Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt drehen. Das hatte ich nämlich auch ganz oft, dass ich mir irgendwie ein paar Tage vor Monatsende dachte, oh Gott, du musst doch deine Leseliste drehen, du hast gar keine Zeit, wann sollst du das machen? Das hatte ich echt tatsächlich in den letzten Monaten sehr oft solche Momente, wo ich immer dachte, ich muss, ich muss, ich muss und das ist nie das, was ich mit diesem Kanal wollte. Es sollte halt einfach nur Spaß machen und da möchte ich wieder ein bisschen mehr halt hin, zurück, zurück zu den Wurzeln sozusagen. Ich hoffe, das ist für euch okay so, ihr dürft gerne eure Gedanken da mit mir teilen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Videos mit Ferris. Ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf und hoffe, das klappt auch alles so, wie wir uns das vorstellen. Und ja, folgt ihm, wie gesagt, gerne auf Instagram, da kriegt ihr dann zwischendurch auch mal so ein Lese-Update. Ich müsste ihm mal Goodreads zeigen. Fällt mir gerade so ein. Das muss ich noch nachholen. Und ja, dann war es das an dieser Stelle auch schon von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.